Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Episode von Blooms Tower Defense Nr. 6. Heute geht es steil rein. Erstmal hier. So. Er ist noch da. Sehr gut. Denn ich habe mir gerade überlegt. Da ist noch was, was ich erledigen will. Mein Erzfeind. Wir machen Doppel-Geld-Verdopplungs-Modus an. Wir gehen hier zurück, gehen da drauf und sagen, pass mal auf, Kollege. Wir machen ein neues Spiel und wir reißen dir jetzt den Podex auf. So sieht es doch aus. So. Ich setze sie hier hin, weil ich hier oben interessierst du keine... Ja. Nein. Ja. Okay. Womit fangen wir an? Wir fangen langsam an. Wir machen erstmal den. So. Okay. Ich bin voll dabei, Leute. Erstmal gibsch leckes Schluck Kaffee. Ja. Gut. So, mein Freund. Wir fangen an. Mit einer kleine Banane-Farm. Zip-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Okay. Okay. Mein Plan ist, zu gewinnen. Gut. Ja. already already so wir fangen langsam an langsam aber sicher ich habe respect respect von dem was kommt da der kollege hier gratis ist vielleicht immer hier raus so nebenbei bauen wir noch eine bananen plantage und dann warten wir einfach mal mal die Wir fangen schon mal vorsichtig an, ein paar Sachen abzugraden. Ja, das brauchen wir noch nicht. Wir gehen auf wertvollere Bananen. Komm schon, Ladies and Gentlemen, mach die 800 voll. So sieht es gut aus. Wir brauchen 1100 dafür. Dann lass uns mal 1100 hier einfach so. Zack. Ach, komm. So. Leute, ich sag's euch. Diesmal mach ich den fertig. Diesmal bin ich nicht so unvorsichtig. Er spuckt wieder große Töne. Verprügel ihn. Er soll die Klappe halten. Was willst du hier? Ist das eine Mücke? Geh weg. Jetzt ist die Frage. Habt ihr jetzt eigentlich gesehen, dass hier ein Insekt war? Oder denkt ihr jetzt, ich habe einen an der... Beantwortet die Frage nicht. Ich weiß, was kommt. Ihr sagt sowieso, der ist ein bisschen... Das ist auch richtig. Bis zu einem gewissen Grad. Sonst sagen die Ärzte, ich bin vollkommen normal. Das ist ja. Das Ent blueberry ist. Das ist der Park. Also, es liegt einVELgorus. Das ist vollkommen normal. Wie kann ich jetzt... Wir machen dich das mit dem Klappe wohlf dobㅋㅋㅋ ich weiß wieder nicht ob das gut oder schlecht ist was ich hier mache und so na komm komm schon jetzt geht es los hier sehr gut und jetzt brauche ich nur noch her warten 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 das ist vollkommen cool ich habe alles unter Kontrolle noch ja da kriege ich 35k hin in der Zeit coole Frage ne ich weiß das ja auch nicht du ich weiß das ich konnte das nicht beantworten wenn wir hier so okay fünf Runden naja ich glaube wir müssen das anders machen mal gucken wie viel kostet der jetzt 20 oh Gott niesen ich probiere es so komm wir setzen den der so sollte reichen äh na komm trau dich ich habe alles unter Kontrolle noch sehr gut mal gucken ja der macht gut schnell Schaden machen wir nochmal den perfekt und jetzt weiter draufbeißen ausgezeichnet geile Nummer ist ein guter ein sehr guter ist er ich könnte mal hier so den machen diesmal schaffe ich es Leute diesmal schaffe ich es vertraut mir ich schaffe das ich bin Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komm schon, mach schneller Wir haben noch nicht so viel Zeit Gut, 6 Runden noch um 35k zusammen zu sparen Oder 32, wir können auch 32 machen Mehr Schaden gegen Moabs Ja, komm Gönnen wir uns So, sehr gut Ah, der hat auch schon, ne? Der hat hier 30k, der hat erst 12k So, so, so Oh, das wollte ich gar nicht Egal So, so Komm schon, komm schon Scheiße Komm, 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 komm Nicht im Ernst Darf nur nicht wahr sein Aber ich hab meinen Fehler gefunden Mein Fehler ist Ich hab hier hinten nichts mehr, was dem Schaden zufügt So richtig Das ist ein Problem Lass uns doch mal den hier nehmen Jetzt muss ich selber erstmal gucken Oben, ne? Ja Ja, und dann machen wir Ja Hmm Obwohl ich mach den nicht, ne? Komm Becht damit So Wir haben Pirates We are Pirates Äh Welcher ist es? Da, der Okay Ja, komm Ich will da noch eins Und noch ein Ne, aber da hin Ja So Und dann brauch ich das untere So Dann setzen wir hier noch einen hin Und wir setzen Noch ein Ja, komm schon So Reicht das für noch einen? Ne Dann machen wir den Und wir machen den Äh Und so Was auch immer So Wir kriegen ein bisschen Pinnunsen hier durch Die hier machen Pinnunsen Er macht sowieso Pinnunsen Er ist, äh Astran im Pinnunsen machen Das, was ich noch gerne hätte Wäre den hier da Warum auch immer Und das So Es kommt Geld rein Das finde ich gut Wo ist meine Ich kann manchmal die Maus nicht mehr sehen Da So Hat schon 11.000 gemacht Und ihr macht auch gut Geld Schön Wie viel machen die denn pro Runde 1400 Ja Ich kann eigentlich auch Wegen der Sicherheit Habe ich Ja Ach der kostet Oh Er ist teurer als ich dachte 4 Oh ich habe das Geld zusammen Machen wir mal Already Gut Das Gefällt mir Wie viel hat der jetzt eigentlich Insgesamt gekostet 23 28 28 5 28 30 8 Gut Sagen wir mal 40k Und der hat eingenommen 25 Das heißt Er ist noch nicht auf 0 Das heißt Ich mag ihn nicht Guck mal Der hat sich schon fast wieder Akklimatisiert Der hier ist schon Akklimatisiert Ja Noch nicht Und falls irgendjemand kommt Und sagt Du hast aber mit doppelt Geld gemacht Das zählt gar nicht Halt die Klappe Ich habe nie gesagt Ich wäre gut So noch ein kleiner Reminder Nochmal Ich glaube den hatte ich schon Aber ist mir jetzt Ist mir bumm Hä Komm schon Wir schaffen das Alle Rassen aus Finde ich gut Direkt mal Weggesnackt Weggeschneckt This music Is so fancy Weggesnackt 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 Oh 50k noch Oh 40k noch Soll ich den verkaufen Nein Soll ich den verkaufen Nein Ja ja Okay Okay das klappt also nicht Schade Alter Soll ich den verkaufen Der ist einfach ein bisschen sicko, ne? Ihr müsst... guckt euch das mal an. Warte mal, was kostet der hier, der Kollege? 400.000. Sicko, ich sag es euch. Unermessliche Reichweite, Kraft und Synergien mit anderen Affentümen und Helden springen alle Blumen unter Angriff. Springen, nicht springen. Lern lesen, Trottel. Ich hatte das letzte Mal doch den Kollegen hier, ne? Den Magus Perfektus. Ja, okay, jetzt sollte ich eindeutig weiterkommen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Beim dritten Versuch schon geschafft, bin ich nicht super gut Ich habe mehr Geld verloren, als ich eingenommen habe Naja gut, aber dafür ist es geschafft, nicht? Ja, ja, so Dann sage ich erst einmal, danke fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Binding of, äh, nee Blooms 256, ich bin derinander hier Bis dahin sage ich, äh, ja Vielen Dank Gehabt euch wohl Macht euch eine schöne Zeit Drückt eure Liebsten, bis dahin Ciao, ciao